so blau rot tv noch mal nach dem spiel in opum heute torfestival younes muaden hat sich auch heute mehrmals in die torschützenliste eintragen können du bist schon ein kleiner liebling vom radio wenn du reinkommst gibt es immer alarm auf der seite du machst schon ganz gut tempo ja hoffe ich ja hoffe ich erstmal herzlich willkommen bei uns du bist vom 1. fc klebe zu uns gewechselt wenn ich es noch richtig in erinnerung habe das ja auch so ein bisschen wagenburg da oben die haben auch schon mal hin und wieder ganz gute zuschauer bei uns ist noch mal eine nummer größer freust du dich darauf ja unbedingt also durch klebe bin ich schon einiges gewohnt weil ich glaube bei kfc geht das noch mal zuschauer technisch auf die nächste stufe dann ja heute hat es wenigstens mal ein bisschen spaß gemacht in den letzten spieler hat es ein bisschen gehakt im offensivspiel heute nach 15 minuten stand glaube ich schon 5 0 und da war der knoten so richtig gelöst hat alle richtig bock und habe doch nicht aufgehört ja ich denke der trainer hat uns von anfang an die anweisungen geben das souverän runter zu spielen ernst zu nehmen wie man auch jedes andere spiel ernst nimmt das haben wir gemacht und ich denke mehr konnten wir nicht machen also ich glaube das war heute ein guter test eine gute trainingseinheit und wir gehen weiter gast haben auf der anderen seite von down zu dir auf der außenbahn war der ist glaube ich noch test spieler moment big der hat auch ganz guten eindruck gemacht er hat es auch ganz gut drauf ja der macht das gut also ich finde er hat sich sehr gut eingelebt mit rio auch zusammen wir versuchen immer weiter zu helfen auch sprachtechnisch auf dem platz neben dem platz ich finde die machen das super klappt das alles so in der mannschaft ihr seid jetzt nahezu komplett also allzu viel wird nicht mehr passieren wenn ich das richtig deute wie ist die stimmung und wie lernt ihr euch kennen die stimmung ist sehr gut wir trainieren jeden tag jeden zweiten tag zweimal und verstehen uns alle gut die meisten kennen sich auch schon von anderen vereinen vorher hat man gegeneinander gespielt miteinander das klappt alles gut und ich denke mit den nächsten wochen den nächsten tagen wird man sich noch besser verstehen aber ich glaube jetzt ist das schon läuft schon ich habe da einen kleinen rückenwind bekommen heute und dann geht der rest auch noch gut ich danke dir sehr und wünsche euch viel glück und alles gute beim kfc danke ich glaube ich habe das schon gehört